Nummer 5, Franzler. Wenn ihr kein Buch auf Langeweil, dann sicher habt ihr ein paar Spiele. Velo-Fahren ist erstens sportlich. Nummer 3, wenn ihr mal nicht Bock habt, auf Freunde oder so. Gesundheit. Ein bisschen schlägt, ist ein bisschen Spaß. Der kann ein bisschen zu zweitens gebrauchen. Ein bisschen wach. Also nicht energetisch, sondern energetisch. Ich hab dich nicht dabei. Die gibt es dann auch für die Tee. Und dann gibt es die für die Tee. Und dann gibt es... Äh... 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 Wenn ihr mal kein Handy habt. Ich hab mal los. Wenn ihr euch in der Beschreibung eine App unterladen könnt ihr euch in der Videobeschreibung Wenn ihr euch in der Videobeschreibung habt, dann kommt ihr euch in der Videobeschreibung